Ich kann aber nicht ohne ihn weiter. Ach du Scheiße, wir müssen auch noch auf ihn aufpassen. Bis er da durchkommt, wir müssen auch rechtzeitig mit ihm reagieren. Er folgt ja mir komplett random, das ist ja hier. Wie soll ich ihn denn jetzt noch sterben? Ich kann ja ihn nicht mit sterben. Er verkackt, dann muss ich auch noch mal neu starten. Es ist ja herrlich. Ich liebe es. Müssen wir noch auf ihn aufpassen, dass das irgendwie geht. Hier nimmt er keinen Schaden, aber... Don't get ahead of yourself. Also geht es nur durch, wenn ich... Aber wie? Er wartet ja noch zwei Sekunden bis ich... Äh, Alter, wie kriege ich das denn? Dann kriege ich den denn, wenn er steuert. Jetzt läuft er ja bis hier hin. Jetzt hier, Macher. Ach so, erst wenn ich runtergehe, auf den Boden. Lauf los! Und jetzt... Lauf los! Sehr schön. Lauf los! Sehr schön. Drücken über der Sinn. Check the points. Was ancient, so advanced text. What do you make of all things, Professor? I'm guessing this dimension has something to do with the interference that caused us the crash. Maybe we'll find the cause of it here. Wow! Wow! Das ist nur ein Wunder. Ich muss zurück zum Land, bevor ich zu irgendwelche realen Tests gehen kann. Na komm! Weht sich nur wenn wir auf dem Boden stehen. Ja genau, das müssen wir hier mal ein bisschen... Bewege dich. Bewege dich. Bewege dich. Bewege dich nicht. Bewege dich nur bis hier. Und... Jetzt! Zu langsam. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir noch auf ihn aufpassen. Das ist ja mein größter Traum, hier noch auf den aufzupassen. Den Kollegen. Ach du Scheiße. Wir müssen ihn erstmal durchkriegen durch die Sache. Wir müssen ihn erstmal durchkriegen durch die Sache. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Doppelte Herausforderung. Und jetzt! Ach, ich muss hier hintermachen. Und dann unterscheiden. Oh Mann! Der Mensch. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Ey, du, da habe ich Sinn von dir. Das freut mich auch gerade. So, hier mal rüber, und jetzt. Der Rennkumpel! Wo muss ich hier nämlich hinstellen, dass er durchrennt? Wahrscheinlich hier. Aber... Jetzt! Nein, nicht jetzt! Jetzt! Nicht jetzt! Verdammt! Der hat auch noch ein bisschen Verzögerung hier, der Gute. Verdammt! Jetzt! Hier durch! Ach du Scheiße, da rinnt ja einen durch! Wie kriegen wir das auch so hin? Und zwar... Jetzt! Fert! Jetzt erstmal durchs Eino und dann... Ich bin doch ein Stückchen weiser. Oh, wir können hier unten stehen und den so durchschleißen. Na komm! Und jetzt! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Ich bin nicht mehr oben. Aber läuft ja. Drix hat nicht. Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Und... Du brich! Und... Ich würde sagen... Jetzt! Ah, scheiß, der läuft zurück. Der läuft zurück. Wenn ich zurücklaufe. Was ist denn das für ein Dähmlack? So, jetzt... Durch da! Na, und jetzt... Ich komme hierher. Ach komm! Den Klima da noch wohl irgendwie durchgeschleust. Meine Fresse! Ich muss alles für dich machen. Wo soll es denn dein Mami sein? Die sagt, wie du zwischen zwei... ...zwei blöden Kreisen durchläufst. ...zwei blöden Kreisen durchgefleust. Ich würde kaum noch zurücknehmen. Ja. Und... Was was, that big sea thing, I wonder what it does, I don't really know how to answer that question, it's probably best not to acknowledge that it's there at all, maybe we should take it back to the ship to study it, we really shouldn't think about it too much, lets keep moving, it's my checkpoint. Das müssen wir hier auch drauf bekommen oder was? und C-I-N-I-N-I-N-I-S So sieht's aus Ein paar Boots sogar Der läuft ja auch nur, wenn ich... Ach so, okay Das tauschen drauf Können Lauf Sehr schön Ach du Scheiß, wie sollen wir den jetzt dauernd überkriegen? Der läuft ja auch nicht an die Wände springen Ach du Scheiße Dann gab's ja noch keinen Schickpoint Und der kann ja auch nicht an die Wände springen Das ist ach, als ob... Der ist so eine Last, der gelbe Tür So eine Last Man glaub's nicht Und jetzt rennt er auch noch... Hat der denn keinen Lohn oder was? Der rennt hier einfach hin Der rennt einfach Ach Mensch Ach Mensch Ach Priester Ach Nonne Ach man Ach man So drauf mit dir und... Bleibste Kommste Kommste Sehr schön Mach keine Lust sein Das wurde ich getötet Ach du Scheiße Wie heißt das? Der ist doch... Der ist doch... Der ist doch... Der ist Professor Der ist doch Glück genug Der Professor auf unserem Schiff So wie wir hier erfahren haben Man muss doppelt greifen, wie man hier springt Man kann auch nicht hören, nur ist gegen jede Staffel laufen Was sie alles für ihn machen Was sie alles für ihn machen Wieso ein kleines Baby hier? Das ist mein Aufpasserste hier nicht Als ob... Da war der schon unten Ich hasse das Spiel Mit dem gemeinsam hier Mit dem gemeinsam hier So wie kriegen wir den da jetzt durch? Ich habe so Angst dass er dagegen springt gegen die Spitze Die Musik ist auch wieder schön geworden Das schafft er mittlerweile Je nach bist alle gefeuert Das weißt du So was von gefeuert Ähm 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 Das muss man hier alles für ihn machen Das muss man hier alles für ihn machen Jetzt springen wir jetzt nicht direkt dran Können wir das irgendwie hinkriegen Als Opfer den wir nicht durchkriegen Lass ich oben einfach weiter oder was? Lass ich oben einfach weiter oder was? Lass ich oben einfach weiter oder was? Hohle ihn jetzt Oh mann Das ist echt ne Belastung von diesem Gelbermann Weißt du das? Okay das Menschen Okay das hat's irgendwie geschafft Okay das hat's irgendwie geschafft Okay das hat's irgendwie geschafft Maybe it's some kind of polar dimension Something Artistically Created in some reason I can't wait To get back To the ship I have a lot of tests Let's do Erforderungen Folge mir mal Ich schreibe das nach Erstmal müssen wir selbst drüber kommen Und dann müssen wir ihn nochmal drüber bringen Wie soll denn das funktionieren? Not as I do Wie soll denn das funktionieren? Not as I do Wie soll denn das nos Können wir nicht dran Weiß Sonst pieksen wir unseren Stacheln auf Wir müssen oben drauf stehen Ach Näääääah Ich bin ratlos! Wie schaffen wir das denn, den jetzt rüber zu bringen? Wie kriegen wir den denn jetzt da rüber? Ist das doch ein Ding der Unmöglichkeit zu? Wir laufen unten lang, aber da hallo! Es ist eine schwere Messor, unten lang zu laufen. Das wird wahrscheinlich von uns gefordert, so wie ich das hier sehe. Da habe ich ja Bockdorf. Ich darf den Dings einfach nicht daran weinen. Das heißt, wir müssen irgendwie doch unten lang. Und ich hoffe, dass ich so schnell schaffe, aber wir sind da niemals rüber. Ich finde das Spiel von uns, dass wir auf dem hier landen und dann unten dran und dann oben dran achten. Das wird auf jeden Fall schwierig. Schwierig! Das ist der richtige Blick auf dafür. Aua, Mann! Aua, Mann! Aua, Mann! Ach, leck mich doch! Ich versuche doch, wenn die was... Sekunde, ich muss mal kurz... Nachspanfurten... Nachspanfurten... Gönnen wir uns als kleine Pause. Nachspanfurten... Nachspanfurten... Sieh... Wir sind immer da, dann jemals rüberkommen. Ist so was wir unten dran, oder? Wenn wir auf die anderen Plattformen drüber springen, dann steht der uns nach. Seinen Weg kriegen wir ihn irgendwie rechts. Ah, wir müssen den Wert gucken, dass der auf die Plattform rauf kommt, wo wir... Ach, ich glaube es ja nicht. Wie soll denn daraus was werden? Ach, du Schreck. Der muss auf die erste Plattform, während ihr auf die zweite Plattform springt. Das ist nicht zu schaffen, ohne mit dem, ohne mit dem. Und es springt dann gleich. Dann bring dich doch um, dann geh doch sterben. Ich hab keinen Bock, du bist gefeuert. Ich wollte ihn eigentlich retten, aber... Wir müssen am besten mit ihm auf die Plattform drauf. Das heißt, wir müssen uns unten dran machen. Wir müssen auf die Plattform kriegen. Das heißt, wir müssen unten dran. Und dann schnell wieder hoch. Wir müssen auf der dritten Plattform sein, während er auf der ersten Plattform ist. Dann stehen wir hoch auf der dritten Plattform. Das muss ich unten an die zweite Plattform dran machen, damit ihr auf der ersten Plattform stehen bleibt. Das macht er ja nur, wenn ich unten dran hänge. Aber ich habe so wenig Zeit unten an der zweiten Plattform, weil die gedrückten mich da unten auf die zacken drauf. Dann habe ich dann... ...ein wenige Sekunden Zeit umrüber... ...auf die dritte, und dann läuft er eigentlich schon los. Also muss ich dann innerhalb... Eigentlich darf ich auf der zweiten Plattform nicht lange vorhalten, und auf der dritten Plattform auch nicht lange. Aber ich muss schnell zur dritten Plattform und dritten Plattform hoch und... Was?! Dann muss ich mich unten drunter dran kleppen, unten unter die Endplattform. Aber wie kriege ich ihn dann rüber? Dann muss ich oben drauf. Dann muss ich hoffen, dass er rechtzeitig rüber springt. Das ist das Klima nicht, das ist unmöglich. Er muss ja dann eigenständig hüpfen können. Das ist ja... Wir können ja da nicht oben dran. Wir können ja nicht... Und wir können auch nicht aus dem Bild raus, weil wir ihn dafür oben haben müssen. Also müssen wir unten dran. Also wir müssen unten drunter an das Ding dort an das... Unter dem Ding sein. Dann müssen wir dort... Dann müssen wir hier hin und hier hüpfen. Am Ende dort unter dem... ...dieser kleinen Haus... ...Russparte. Dass er es dann rüber schafft. Und wenn er es dann rüber geschafft hat, und er dann oben aufsteht, am Ende des Raums... ...dass wir hier unten... ...das Meer wieder unten... Und hier oben. Wir müssen hier oben auf die dritte Plattform drauf und dann dort runter. Ach du Scheiße. Das ist Profi-Mode. Das ist Hardcore. Was ist hier? Jetzt unten dran. Also wir müssen uns unten dran und dann schnell zack rüber. Also unten landen oder nach unten gehen. Das ist am besten, wenn er nach oben ist. Und dann... Die zweite Plattform oben ist unten nach oben. Und zwar jetzt. Und dann schnell rüber an die nächste Plattform und dann wieder... Das ist schaffbar, aber... Das ist schaffbar, aber... Das ist schaffbar, aber... Das ist schaffbar, und... Das ist schaffbar, und dann... Das schaffbar, und dann... Das ist schaffbar, das ist schaffbar. Und dann das ist... Ach, schaffe ich nicht. Oh, Mann. Gut, ähm... Wir können auch versuchen, unten lang zu laufen, aber das ist dann... Die erste Plattform können auch laufen, aber können wir auch noch benutzen. Gut, ich würde mal sagen, dass es schon 20.50 Uhr ist. Ich mache jetzt noch eine kleine Pause und beende das Spiel. Und dann sehen wir uns nach einem Monat gleich wieder, hoffentlich. Und dann sehen wir uns nach einem Monat. Und dann sehen wir uns nach einem Monat. Und dann sehen wir uns nach einem Monat. Ich habe noch einen Nübens.